Mannschaften, tolle Teams, tolle Spieler Und dass es Am Ende darauf ankommt Eben nicht, wer die besten Einzelspieler hat Sondern wer das beste Team stellt Du hast es eben schon mal angesprochen In der Torjägerliste, in der Skorraliste Keiner vertreten Und in Mannschaften, die weit gekommen sind Das ist schon ausschlaggebend Für dieses Turnier Da hatten wir, klar, wir hatten mit Kieke Top, gute Spieler Wir hatten den Kapitän von Bayern, Eidin Alles gute Spieler Am Ende aber setzt sich doch Das Team durch Was mannschaftlich am geschlossensten aufgetreten ist Haben wir uns auch ein bisschen blenden lassen, oder? Finde ich, also Ja, wir haben immer, immer geguckt auf Kieke Top Bremen lange auf dem Zettel gehabt War ein bisschen unterschlagen Das mannschaftlich Die Mischung vielleicht gar nicht so gepasst hat Das darf vielleicht auch Die Leistung zwischen den Blöcken Der Unterschied inzwischen zu groß Wo es war Und eben Früh Verhältnismäßig früh Die Niederlage im Viertelfinale Gegen Fortuna Düsseldorf Erste Aktion Für alle auch zu Hause, die gerade Sich wundern Ergebnis und Zeitanzeige Wird gerade wieder belebt Der Server ist gerade einmal Nach unten gekracht Aber es steht 0-0 Und wir haben noch 13 Minuten 30 zu spielen Also Wir werden Gleich die Grafiken wieder haben Von euch so lange hier auf dem Laufenden halten Die Favoriten reihenweise rausgehauen Und den HSV Die Bayern Das war im Halbfinale Wir haben hier Direkt mal bis ins Halbfinale gekommen Eben gerade ja verloren Gegen die Gladbacher Dann doch relativ deutlich mit 0-4 Aber ein sehr sehr guter Auftritt Bei der Premiere für die Düsseldorfer Kann mir gut vorstellen Dass wir sie auch im nächsten Jahr Wieder hier in Lübeck gesehen werden So kann man auf jeden Fall debütieren So und zack haben wir auch schon wieder Ergebnis und Zeitanzeige Alles wieder da Braucht sich also keiner sorgen Ums Endspiel machen Gleich nochmal Kurze Show Act Liegt hier hoffentlich das Dach weg Im Endspiel Um den Völbeck Cup 2020 Und dann haben wir Den ersten Treffer Am Spiel um Platz 3 Durch Nathan Winkler Der die Schwaben hier in Front bringt Jeder spielt über die Bande Weil direkt genommen Maiskalt verwandelt Die Stuttgarter gestern ja schon mit Schon im spielerischen Ansatz Aber unglaublich Tor Ungefährlich Haben wir in den ersten Vier Vorrunden Partien Nur drei Treffer erzielt Und das haben sie in der K.O. Runde Wirklich abgelegt Sind deutlich zielschriebiger geworden Deutlich besser in Torabschüsse gekommen Also auch das Risiko Was sie mit ihrem Torwart Savic da gehen Belohnt worden Apropos Savic Da ist er Mit der neunten Parade Jetzt verliert er den Ball Francis Aber nicht Ausgenutzt Nächste Aktion für den VfB In Offensive aber das lange Bein Von Moritz Grensch Verhindert Schlimmeres Nächste Aktion jetzt für Düsseldorf Eckball Die Düsseldorfer mit der Hackel Klasse gemacht Gegen die Kante Wer kaum zu verteidigen ist Jobos Matiba Ticher Großzeit das Endspiel Was glaubst du wer macht Hertha oder Gladbach Ich finde die Hertha vor allen Dingen Mit ihrem ganz ganz robusten Auftreten Mit ihren zweikampfstarken Spielern Haben mir das gesamte Turnier über Ein bisschen besser gefallen Als die Gladbacher Hatten wir ja eigentlich von Anfang an Schon so ein bisschen auf dem Zettel Nach ihrer Platzierung aus der Liga Dass sie hier zum Favoritenkreis gehören Hat sich auch bestätigt dann Also für mich Mein Tipp geht auf die Hertha Typico Quote 1-6 Düsseldorf Im Angriff Wieder Ticher So genau Starkes Dribbling hier Von Malee Am Schluss Schöner Versuch da Vom Keeper der Stuttgarter Von Dean Savic Den Fisch Der Düsseldorfer Keeper aber Aus dem Giebel zur Ecke Nächste Abschlussmöglichkeit An den Außenpfosten Haben die Düsseldorfer mal ein bisschen Zeit Dann aber lang nach vorne Düsseldorfer haben den Torwart jetzt gewechselt hier Im Spiel um Platz 3 Moritz Krensch Jetzt zwischen den Pfosten Nicht mehr Martin Fu Dann nutzt man dieses Spiel Jetzt doch noch mal Oben auch Moritz Krensch Ein bisschen Spielpraxis Zugeben Ist da Verdecktes Sichtfeld Dann Justin Francis Der Ball verliert Damit die Möglichkeit für die Stuttgarter ermöglicht wird aber nichts Konter Möglichkeit Nein Weil die Stuttgarter aggressiv drauf gehen Auch die Düsseldorfer Aggressiv in der defensive Möglichkeit An den Pfosten Aber das Foulspiel gepfiffen Von David Jackson Gibt also den Freistoß für die Düsseldorfer Sehen wir hier noch mal Im Gespräch Mit dem Verursacher dieses Fouls Daniel Bunk Der Kapitän Wird es wohl machen Abgelegt Am Kasten vorbei Gute Möglichkeit Gute Ruga Von Stuttgart Erwischt da mal Den Keeper der Düsseldorfer Auf dem falschen Fuß Ball geht da dann ins Aluminium Last second year Die Ausführung Des Freistoßes Das war mal gut ausgespielt Drei gegen zwei überzahlt wenn es schnell geht Gut isoliert Das war mal gut ausgespielt Die Situation Sechs Minuten noch In diesem Spiel Und Platz drei Bevor es dann für Stuttgart Die lange lange Heimreise In Schwabenland zurückgeht Geholt da von Ben Euler Jetzt ist Nillmanns da jetzt gelegt Aber für Jackson kein Foul Und dann geht es Man könnte ja mal in die Luft wäre so ein bisschen raus, aber beide Mannschaften verteidigen jetzt wirklich noch sehr, sehr intensiv. Schauen sich da gar nichts, haben also auch den Ehrgeiz hier noch, das letzte Spiel zu gewinnen. Viele hier, der letzte Auftritt in Lübeck nächstes Jahr. Jetzt aber auch in die U17. Und jetzt ein Düsseldorfer Liegen, wieder nicht unter dem Mund steht, aber auch schon wieder. Und Gart spielt weiter, festgemacht der Ball da. Drehung klappt dann allerdings nicht und jetzt das Überzahlspiel. Ah, muss er eher den Pass suchen. Legt er sich den Ball zu weit vor. Läuft dann in die Bande rein. Nicht gut gemacht. Von Enes Ilmaz da. Da war mehr drinne für die Düsseldorfer. Bleibt es hier beim 1-0 für den VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart. Aufspiel. Aufspiel. An Niklas, an Borosius. Oh, das war aber ein krasser Wechselfehler eigentlich. Da war Düsseldorf mit dem fünften Feldspieler auf dem Feld, hat schön den Freistoßwechsel abgewartet. Aber alles gut. Nichts Spielentscheidendes. Das Einsteigen hier, klare Sache. Kurze, aber bestimmte Einweisungen. Schiedsrichter waren da gerade nochmal alle zusammen auf der Platte, haben auch da nochmal ein großes Kompliment und vor allen Dingen einen dicken Applaus bekommen für eine durchweg Top-Leistung. Wir haben das schon mehrmals erwähnt hier heute mit Dominika Petschini auch gesprochen. Klasse Auftritt hier der heimischen Schiedsrichter. Schön zu sehen in der heutigen Zeit, wo es ja auch immer wieder Negativschlagzahlen gibt. Und hier überhaupt gar kein Grund für irgendwelchen Ärger, weil die Jungs an der Pfeife das wirklich Top gemacht haben. Koffer jetzt, Foulspiel von Justin Francis. Hier hat mal den Nationaltrainer in Deutschland. Helmut Schön, der Mann mit der Mütze. Justin Francis dieses Jahr beim Freeway Cup. Unser Mann mit der Brille. Ungewöhnliches Bild. Und Mittelscheid. Ein ganz starkes Turnier. Aber es spielt ein ganz starkes Turnier. Also, super umgequemer Gegenspieler. Starker Abschluss hier. Schön Platz. Felix Strodel. Also wenn ihr den Weg ins Finale nochmal nachlesen wollt, dann gibt es noch wirklich ein Schauprogramm. www.freewaycup.de Klickt euch in den Live-Score rein. Alle Ergebnisse, alle Tabellen. Die Topscorer natürlich alles nachzulesen für euch. Riesenmöglichkeit hier nochmal für Lennart Wagemann. Glaube, den Verantwortlichen war das ganz recht. Ein 9-Meter-Schießen. Für die Zeitpläne nicht so angenehm hier. Riesenmöglichkeit hier. Glaubt aber nochmal dran. Jetzt aber die große Chance. Verlassen. Yannick Malé auch ein wenig. Die Kräfte. 16 Sekunden jetzt noch. Abwurf, zweite Chance. Das ist der Händige jetzt hier. Spieler. Sieht aber auf keine Gefahr. In seinen Abschluss rein. Und was für Tor. Und der Treffer zählt. Weil Moritz Kretsch nämlich dran war. Das müssen wir uns nochmal angucken im Replay. Zavic verabschiedet sich mit einer Megaparade. Also hoher Abwurf. Und da geht er ran. Da geht er ran. Moritz war jetzt nicht mehr Keksentscheidend. Aber auch. Bittres Ende. Für das Düsseldorfer Turnier. Trotz Sinn. Sie können sich mit erobern Haupt verabschieden aus Lübeck. Auf jeden Fall. Moritz, dir an dieser Stelle schon mal viel, viel Dank. Wir hören und sehen uns nach dem Endspiel nochmal. Malibes.